Ich habe keine Kreatur mehr, aber ich kann Deine Kreatur noch weg. Ach scheiß, hätt ich immer nicht ausgespielt, jetzt kriegen 2 von seien, das 1 wird ein. Ja, am besten. Ja, besser ist halt, äh... Ja, boah, kann ja nicht schaden. Ich könnte dir noch ne plus 3v3 Verzauberung geben und ne Flugfähigkeit, welche Kreatur wär denn am besten für dich? Ja, lass uns erst mal... Naja, ich kann eh nix machen, ich kann eh nix machen. Vielleicht schieße ich so ein Avatar und wenn der fliegt... Oh, ich zerstör jetzt erst mal seinen Avatar. Äh, warte, ne, stopp! Ich kann alle Kreaturen auf die Hand zurückbringen. Bringt ihr das was? Ja, kannst du machen. Ja, mach das mal. Hahaha, weil dann sind seine ganzen Dings auch nicht mehr gut. Die großen Kreaturen sind dann weg. Ja, ja... Haha, Wixxer! Dann lass uns noch 3v3 ausspielen. Dann, dann, dann spiel mal aus. Und du ziehst ne Karte! Ich zieh noch ne Karte. Hä? Achso, ich hab noch. Okay. Ich soll noch genug machen. Geil, Mark, du kannst ja auch noch 3 Schadenspunkte verteilen gleich. Wat? Wieso? Ja, weil du doch die Essenz da hast. Achso, ja, klar. Du musst dich beeilen, Mark. Unsere Runde ist gleich zu Ende. Ja, ich kann hier nicht so schnell klicken. Gut, Land ausspielen. Ja, schön. Und noch, noch ne Kreatur. Jawoll. Ähm... So... Ne, ich hab kein Mana mehr. Okay. Ja, jetzt muss ich nur sehen, dass ich gleich seine Elfen... Kannst du seine Elfen nicht zerstören, ne? Sein scheiß Avatar? Ich kann nur 3 Schaden machen. Der spielt jetzt eh seinen Avatar, oder? Den kann ich zerstören. Ja, lohnt sich. Ja, der... Der wird jetzt aber wahrscheinlich schon über 3,3, oder? Ich glaub, der kann nur noch wahrscheinlich eine... Eine Karte aus... Also, wir hatten nur noch ein grünes Magen. Also, ich hab wenigstens 3,3. Jetzt hat er zwei grüne. Ne, noch nicht. Und er zieht noch ne Karte. Ja, mach, der macht den auf jeden Fall kaputt. Ja. Da hat sich nochmal komplett das Spiegel dreht. Oh, geht's auch nicht schlecht, ne? Ah, okay, geht's. Oh, da müssen Karten abwerfen. Ja, gut, ja. So, ich kann eine Kreatur plus 3, plus 3, plus Flugfähigkeit verleiten. Soll ich deine... Soll ich deine... Soll ich deine zwei Dreier machen? Äh... Für Hocker zu machen. Die kann dann ja angreifen jetzt, ne? Mhm. Und dann kann ich gleich noch eine minus... 7 minus 0 geben, bis zum Ende des Zuges. Sogar spontan. Oh, hab schon abgeschwitten. Oh, hab schon abgeschwitten. Oh, hab schon abgeschwitten. So. Boah. Boah. Sind die schon wieder dran, ey? Sind die schon wieder dran? Ne. Wir sind nicht dran. Hahaha. Schon 6, gar nix gehen mal. Jetzt brauchen wir nur noch 6 Runden und dann... 7. Sind das sogar 7 Runden und dann ist der Tod. Der hat noch seinen blöden Avatar auf der Hand, ne? Ja, aber den kannst du ja immer mal mit einer blocken. Ist doch scheißegal. Der Trampel. Hat die Trampel? Der Trampel. Aber du kannst die wenigstens 1 bei minus 7... Oh. Immerhin. Ha, da müsstest du... Da müssten wir... Wie viel hat die denn? 2, 4... Ach, scheiße. Kannst du eh nicht blocken, ne? Na, mach mal vor. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, ey. Warum muss das denn jetzt so lange dauern? Was macht der denn da? Zerstört der die, oder? Zerstört er die, oder? Ach, Wichser. Hä? Die Katze hab ich gar nicht. Ist ja auch aus dem schwarzen Deck gewesen. Ach so. Ach so. Schade. Ja, jetzt spielt er sein Avatar eh wieder aus. Na ist er. 14, 14. Jetzt muss ich nur noch an die passende Karte zählen. Wie immer. Ach super. Bringst du zwei bleibende Karten deiner Wahl, die keine sind auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Das ist doch schon mal was wert. Ist das spontan? Ja. Ne. Doch. Soll ich von dir auch eine dann zurückbringen? Zum Beispiel wo du ne Karte ziehen kannst? Ne. Ja. Warum denn nicht? Ganz gleich, wenn er angreift, sein Avatar erstmal zu aufhören. Ja. Und deine, deinen elfischen Visionär, weil dann kannst du den rausbringen und ne neue Karte ziehen. Äh. Ist doch wohl sinnig. Ja. Ja. Das andere wäre doch schwachsinnig. Mana hat auch genug. Muss ich jetzt nur aufpassen. Genau. Ich hab noch keine Illusionskreatur gehabt, außer eine. Eine einzige erst. Weißt du das? Ach ja. 16, 16. Boah, ätzend, ey. 17 schon. 17. Vielleicht ist sie wieder auf seiner Hand. Meine Fresse, ey. Was ist das denn schon? Kann nix machen. Ja, die wollen Papiere blockig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dein Visionär, ne? Ja. Äh, ja, weiter. Du, 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 du musst noch blocken. Stopp, lehrt das? What? Ach, du hast keine Blockkarte reklariert, oder? Nö, aber kann ich ja noch. Ach so. Ich, äh, ach, ich bring die einfach um hier. Und so. Noch ein Schaden auf der rechten, ja. Äh, warum denn 2, 1? Bist du doof? Weil ich keine Karte ziehen kann. Also. Okay. Aber ich hätte noch der einen Kreatur minus 7 minus 0 geben können, dann hättest du... Na, egal. Ach, der Falker muss etwas auswählen. Man muss ja ihn auswählen. Keine Ahnung. Welcher er schaden wird, ach. Ach, der hat da geopfert, damit ich bis 2, bis 2, bis 2. Ah, dann hätt ich doch minus 7 minus 0 machen können, aber er hätt eh nix gebracht. Oh, Avatar. Ja. Ah, ich hab mal Avatar gezauert. Juhu. Oh, ich kann wieder eine Kreatur auf seine Hand zurückbringen. Hahaha. Was ist das? Ja, mach ich da mal, ne? Ich bring den Avatar mal wieder zurück, ne? So kann ich nicht spielen. Ja, klar. Ja, kann ich doch schon da machen, das ist Kreatur, ne? Äh, ist ne Kreatur. Oh, schade. Dann kannst du jetzt seine Dings kaputt machen, da, seine 3-3er, wo er opfern kann. Ja, mach ich mal. Ja, warte. Oh, sein Avatar. Er hat nur erst einmal damit angegriffen, wie geil. Zeh. Jetzt hast du auch einen. Die sind immer gleich stark. Ah, schön. Ja. Ich bräuch' nur noch einen. Hast du noch einen, ne? Die gibt's einmal. Ich greif' mit dem Sinn, ne? Ja. Warum? Ach so. Weil ich deine Karte, ne? Mach da aber nicht. Wixer. Das war super. Dafür ist die Karte ja da. Wie viel Zeit hast du meine Kreatur griff'n? Ja, Hammer, ne? Die ganze Zeit nur mit Antizaubern hier. So ein. Hast du den nicht auch? Mhm. Toll. Was denn jetzt? Stört er dir dein Avatar, oder was? Ja. Marc, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber er hat seinen Avatar... Doch, jetzt hat er seinen Avatar wieder draußen. Der spielt jetzt eigentlich schon eine halbe Stunde? 20 Minuten. Hast du einen, äh... Die haben noch 39 Karten. Ich hab' noch 49 Karten? Ist ja Hammer. Äh, womit greift der denn 2-1? Warum greift der... Was soll das? Ach, die 2-1er, also sollen wir die... Ich block die 2-2er von ihm, oder? Die 4-2er von ihm. Naja, die block ich hier. Oder blockst du die? Soll ich eine von seinen blocken? Dann darf er zwar eine Karte ziehen, aber... Dann ist sein Avatar auch schwächer. Block am besten noch eine von... Ja, ist ja egal. Block eine von seinen noch... Dann ist der Avatar noch schwächer. Das Spiel wird synchronisiert. Halt die Fresse. Äh, ich kann blocken machen, ne? Was? Wie? Hä, wieso ist meine noch im Leben? Na, ist tot. Bei mir noch nicht. Dann musst du warten. Meine lebt immer noch. Ich kann noch nichts ausspielen gerade. Toll, und unsere Hauptphase läuft gerade ab. Ja, ich weiß. Also, ich hab ne Karte gezogen. Äh... Äh... Jetzt... Boah. Das Spiel wird... Ah, jetzt ist meine... Echt Trampel? Der hat doch, doch, der hat Trampel. Das ist ja natürlich scheiße. Ja, irgendwann hast du doch eine Karte dafür. Ja, aber da müsste... Besser wäre, wenn wir die anwenden, wenn er auch zwölf... Äh... Wenn wir auch zwölf Schaden zuführen könnten. Der hat ja nämlich... Können wir auch nicht. Tot. Hast du denn diese... Diese Zerstörungskarte gar nicht im Deck? Doch. Oh, ne. Was ist denn das? Jetzt hat er 6... 1-1er Kreaturen. Und noch ein Avatar. Toll. 19, 19. Ach, und er hat jetzt auch noch diesen... Scheiße, Vampir. Ja, damit haben wir verloren jetzt. Jetzt ist es vorbei. Und die fliegt auch noch. Ja, den Avatar lassen wir durch. Ich... Ich mach nur minus 7, minus 0, ne? Ja, sicher. Ist eh vorbei. Ist egal. Ich will mal eine Karte ziehen, zufällig. Boah, ich hab auch wieder nur... 3 Milliarden Länder gezogen. Ungefähr. Ach, oh. Okay. Wollt sagen, du musst noch weitermachen. Ha, nächste Runde sind wir tot. Ja. Verdammt. Oder ich kann eine Kreatur zerstören. Und du auch. Du kannst wieder alle auf die Rimmel sogar zurückkriegen. Ja. Damit war es das wohl. Ja. Bring die Karte... Land halt auch noch. Bring das Land auch noch. Ne, die sollen Angst haben, dass ich noch eine tolle Karte aufhine. Deshalb war ich das schon die ganze Zeit aufhinein. Du kannst... Du kannst auch blocken. Das bringt dir nicht mal weit, weil... Okay. Wenn die jetzt mit allem angreifen, ist es eh vorbei. Drei Milliarden Effekte hier irgendwie. Pff, süß, süß. Ja, 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 komm. Macht was. Der opfert bestimmt alle Vampire da. Oder macht der... Hä, was macht der denn jetzt? Ja. Hier, eine Kreatur, der da war. Der kann er auch bei mir machen. Oder bei dir. Was? Das ist ganz schön böse. Dann macht er noch eine Kreatur kaputt oder was? Ja. Sieben, fünf. Kannst halt immer noch fliegende Blocken. Ne. Joach, unten rechts. Immer wenn, äh, Mogenschütze... Der ist tot. Der ist doch unten rechts noch. Der liegt bei mir schon auf dem Friedhof. Na, super. Ja. Das Spiel wird synchronisiert. Ah ja, jetzt ist er bei mir auch auf dem Friedhof. Ja, Marc, ich glaube, wir... Alles ist so. Ja, ich block alles. Tod. Minus 45. Geht doch noch. Ja. Kann man da eigentlich Ranglistenspiele machen? Ich glaube nicht. Ne, geht noch nicht, glaube ich. Da ist zwar schon drin, aber wenn ich auf Rangliste klicke, stürzt man ab. Leider muss ich weg. Ja, ist klar. Dann tschüss.